Willkommen im Wabenlager und auch auf die Gefahr hin, dass eventuell mein Nachbar gleich wieder da drüben Schlag bohrt. Wenn ich jetzt nicht das Video mache, dann glaube ich schaffe ich es für die Saison gar nicht mehr. Die Hälfte des Bestandes ist nämlich leider schon verschwunden. Ich hätte das eigentlich ein paar Tage vorher mal machen sollen, das Video. Aber wie ja die Imker hier, die zuhören, sicher wisst, wenn es einmal losgeht mit der Bienensaison, dann ist so ein Wabenlager unglaublich schnell wieder leer, weil das ganze Zeug dann auf dem Acker auf den Bienen sitzt. Und warum ich jetzt das Video mache, ist eigentlich, um zu zeigen, wie man in einer Imkerei, Hobby, Privat oder auch im Beruf Waben lagern kann, ohne Stromverschwendung, sprich ohne Kühlhaus. Und gleichzeitig beantwortet es auch die Frage auf die vielen Kommentare, was denn mit dieser Wachsmotten-Geschichte ist. Also ich habe das Wachsmotten-Problem eigentlich gar nicht. Und die Erklärung ist simpel. Wir gehen nochmal in den Namen rein von der Wachsmotte. Die hat nämlich einen falschen Namen. Eigentlich müsste man sie umtaufen in Häutchen- und Pollenmotte, weil das ist genau das, wovon sich das Tier auch ernährt. Bedeutet, die Wachsmotte legt Eier, die können wir nicht sehen, die sind unglaublich klein und die können potenziell überall in so einem Bienenvolk drin sein. Und diese Eier, die schlüpfen bei 12 bis 14 Grad, springen die auf und werden zu Larven. Und die Larven, die ernähren sich dann durch sozusagen das Wabenbau durch von den Häutchen, die die Larven spinnen bei der Verpuppung. Also die Bienenlarven spinnen das Häutchen, deswegen werden die Waben auch dunkel, die Brutwaben der Bienen. Und Pollen, also diese Häutchen und der Pollen, das ist das Milieu und der Nährwert, wo die Wachsmottenraupen benötigen, um sich später vollzufressen und dann zum Falter sich zu entwickeln. Und wie man ja so schön sagt, gibt den Tieren nicht einen vollen Teller und die Tiere sind nicht da. Deswegen habe ich in meine Kommentare als Antwort immer reingeschrieben, aufs Milieu achten. Das heißt, das was ich hier mache, ist eine einfache Wirtschaft, die einfach das Milieu berücksichtigt. Und deswegen brauche ich hier weder irgendwelche Chemie, noch irgendein Gas, noch einen Schwefelstreifen, noch sonstige Applikationen. Es gibt ja auch diese Bakterien, wo man auf die Waben sprühen kann, wo dann die Wachsmotten angehen. Aber das ist alles nicht notwendig, wenn ihr das richtig macht. Und um es einfach mal ganz kurz jetzt zu erklären, ich habe hier drei Kategorien. Das eine sind die Kisten der Leerrähmchen, dann habe ich die Kisten der Mittelwände und dann habe ich die Kiste der ausgebauten Mittelwände. So, wir fangen mal an mit den Leerrähmchen. So, wir müssen mal kurz anheben. Ein Leerrähmchen ist gedacht für den Naturwabenbau. Und das sieht dann so aus. Ihr könnt schon erahnen, es kommt ursprünglich von einem ganz normalen Rähmchen auf Horizontaldrahtung, gemacht für Mittelwände. Das ist aber für die Bienen ein Murks, damit Naturwabenbau machen zu wollen. Allein schon die Messerführung ist murksig und die Bienen stören sich auch definitiv an der horizontalen Drahtung. Ihr dürft mir gerne alle meine Erfindungen hier klauen. Ich bin natürlich froh um Spenden, aber ich mache das wirklich öffentlich, weil ich denke, das hier ist für alle Imker das Nonplusultra, wenn es um Naturwabenbau geht. Ich habe beim Coaching alles Mögliche schon gesehen, was sich Imker einfallen lassen haben. Und letzten Endes habe ich es runtergebrochen auf wirklich, sage ich mal, die simpelste, einfachste Konstruktion. Einmal für mich als Imker und natürlich auch für die Bienen. Weil zweimal senkrecht gedrahtet, stört die Bienen beim Naturwabenbau definitiv nicht. Und wir haben als Imker eine glatte Messerführung. Das geht mit jedem Rähmchentypen und ihr braucht dafür eigentlich nur eine Bohrung setzen und sozusagen das Rähmchen auf drei Kategorien aufteilen mit einer Doppeldrahtung senkrecht runter in die Mitte. Bei diesen Rähmchentypen gibt es jetzt nur eine Besonderheit. Da lagere ich nie Wachs mit rein, weil Wabenhonig, den ich daraus produziere, muss auch gesetzlich in der Definition eine ganz frische Wabe sein. Das heißt, wir wollen eine schneeweiße, von Natur, also von den Bienen frisch gebaute, mit Honig gefüllte Wabe ernten und die als Wabenhonig selbst essen oder verkaufen. Und deswegen ist ja schon mal klar, dass ich hier mit Naturwabenbau überhaupt keine Waben einlage. Wenn es Altbestände gibt, vom Herbst zum Beispiel, weil das Wachs dunkler geworden ist, alt, leer, wie auch immer, dann schneide ich es raus und lasse den Leitwachsstreifen stehen. Gleich dazu nochmal mehr. Und dann werden diese Rähmchen immer leer eingelagert für sozusagen die kommende Saison. Um das kurz zu erklären mit dem Leitwachsstreifen. Normalerweise sieht ein Leitwachsstreifen so aus. Man nimmt ein Stückchen eine Mittelwand und legt die dann hier in die Nut rein. Und ich befestige das tatsächlich einfach nur mit einer handgedrehten Bienenwachskerze aus so einer Mittelwand. Die zünde ich an und lasse dann das Bienenwachs hier oben reinlaufen. Und dann habe ich den Streifen fest drin. Und der dient lediglich nur der Orientierung von Bienen. Weil sonst kann euch gerade bei Naturwabenbau recht schnell passieren, dass die Bienen auch mal Waben einfach schräg reinziehen. Und das ist für die Bienen nicht schlimm. Aber für uns beim Rähmchenziehen kann das Probleme verursachen. Und deswegen sollte man da schon Leitwachsstreifen drin haben. Eine Schiffsrumpfleiste wäre übrigens die Alternative für Leitwachsstreifen. Ich persönlich halte Schiffsrumpfleisten nicht für angebracht in einem Rähmchensystem. Also nicht in so einem Kistensystem drin. Da würde uns einfach Platz fehlen. Und wir hätten auch zusätzlich zwei Kanten, wo wir abfahren müssen mit dem Messer. Und das würde auf die Zeit gehen. Also ich bevorzuge den Leitwachsstreifen bei Rähmchentypen. Und jetzt gibt es halt was Schönes, wenn ich eine Wabe abschneide. Dann lasse ich einfach ganz wenig vom Bienenwachs dran. Zum Beispiel das hier. Zugegeben ist jetzt nicht der schönste Leitwachsstreifen. Hier wird mit Sicherheit die Bienen ein bisschen rausbauen. Aber das ist was ich meine. Das bedeutet, wenn ihr eine Naturwabe abschneidet, lasst ihr einfach immer einen ganz kleinen Fissel von Bienenwachs dran. Dann kann nämlich die Biene das als Orientierung nehmen. Und ihr braucht nicht nochmal von vorne so einen Leitwachsstreifen einlöten. Wenn es natürlich jetzt ganz schwarzes Wachs ist, dann muss man es halt mal sauber kratzen. Hier die Fuge sauber machen. und dementsprechend neu bespannen. Das sieht dann danach so aus. Genau. Also Naturwabenrähmchen sind geklärt. Und dass hier keine Wachsmotte dran geht, ist ja schon mal klar. Weil sowieso kein Wachs ist. Und wie gesagt, wenn hier ein bisschen dunkel ist, ja ich weiß, ich habe hier auch teilweise Wachsmottenfraßgänge dran. Aber das ist so wenig Milieu. Da braucht ihr euch eigentlich keine Gedanken machen. Lasst halt mal ein paar Raupen schlüpfen. Die gehören auch zur Natur. Ist okay. Aber wenn es halt groß wird, also wirklich wenig stehen lassen. Weil wenn es einen Zentimeter ist, dann habt ihr schon bei einer dunklen Wabe das absolute Milieu für Wachsmottenvermehrung. Und dann darf man sich nicht wundern, dass die ganzen Kisten auch angefressen werden. Und dass da eine riesige Raupenzucht verursacht. So, Naturwaben sind geklärt. Dann haben wir hier die ausgebauten Waben. Ups, in der falschen Kategorie. Na, hat wohl einer hier verstellt. Okay, dann tun wir mal so, wie wenn das die Mittelwände wären. Ich ziehe mal von da oben einfach eine. Ah, hier. Falsch beschriftet. Ja, definitiv falsch beschriftet. Okay, ist aber nicht schlimm. Da machen wir doch einfach ein A davor für die ausgebauten Mittelwände. Das werden wir jetzt auch nachher alles wieder finden. Und eine ausgebaute Mittelwand ist nichts anderes wie eine Mittelwand, wo die Bienen angefangen haben zu basteln. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Ich gehe wieder ans Licht. Und hier haben wir einfach kein Milieu für die Wachsmotten. Man sieht hier nun wieder kleinere Fraßgänge drin, die aber absolut von den Bienen im späteren Verlauf dann repariert werden. Also ist nicht schlimm. Und wenn hier die Eier der Wachsmotten aufspringen, dann entwickelt sich die Raupe ganz wenig, macht ein paar Gängchen rein und merkt halt, hey, irgendwie fehlt mir das Futter. Und sie stirbt und wird von anderen Tierchen dann aufgefressen in so einem Wabenlager. Von daher auch, also gelbe Waben im Allgemeinen können jederzeit eingelagert werden und passieren kann da nichts. Milieu ist nicht gegeben für Wachsmotten. Und ich hebe die natürlich logischerweise auf, weil wenn ihr im Frühling zum Beispiel in Kirschplantagen steht oder in Obstblüten, beim Obsthonig ist es fast nicht möglich, einen Obsthonig in Masse zu ernten, wenn ihr nur mit Mittelwänden arbeitet. Der Trick vieler Berufsimker in solchen Plantagen ist, man gibt den Bienen ausgebaute Honigwaben, die entweder schon angefangen sind zu bauen, also angefangen worden sind zu, wie sagt man, angefangen worden sind zu bauen. Ich glaube, das stimmt irgendwas nicht in der Satzstellung. Egal, je dicker die Zellen ausgebaut sind, je fertiger die Wabe schon ist und ihr gebt es den Bienen sozusagen vor der Tracht rein, dann stopfen die Tierchen nur noch euch das mit Nektar voll und verarbeiten es zu Honig. Und eine Mittelwand müssen sie halt erstmal ausziehen und eine Naturwabe, die müssen sie erstmal komplett bauen. Deswegen kann man ausgebaute Rähmchen bestens nehmen, um die Honigproduktion im Frühling einen Kickstarter zu geben. Wie gesagt, kann man einfach offen lagern, weil die Wachsmotte hat da keine Lust zu nagen. Und dann haben wir noch die Mittelwände. Das sind diese hier. Ich gehe wieder in die Sonne. Auch auf einer Mittelwand hat die Wachsmotte nichts verloren. Auch hier gilt, ja, sie fristen mal da so ein paar Zentimeterchen an. Aber das tut der Sache nicht weh. Weil sie kommt ja nicht weiter. Und auch das kann man ohne Probleme einlagern. Da braucht ihr weder ein Kühlhaus noch Sonstiges. Das kann einfach irgendwo in der Scheune stehen. Das einzigste, was vielleicht ein bisschen unangenehm sein könnte, sind Mäuse. Die habe ich nämlich hier drin gehabt dieses Jahr. Da muss ich jetzt Mausfallen aufbauen. Oder mir im nächsten Jahr eine bessere Konstruktion überlegen. Also wichtig ist auf jeden Fall, was so nochmal das Wabenlagern angeht, gerade die ausgebauten. Ich würde sie nicht dicht machen wollen. Einfach aus, ich weiß nicht, schimmeln kann es eigentlich nicht. Aber ich denke, ein Durchzug ist immer gut, bevor sich da auch irgendwelche Tierchen einnisten. Deswegen habe ich die immer auf Dachlatten draufstehen. Okay, die letzte Kiste jetzt nicht, war aber auch in Bearbeitung in der Sekunde. Also ich stelle alles auf Dachlatten drauf und lasse den Deckel offen, dass da einfach überall Luft durchgeht. Und wenn ihr halt dann irgendwann mal Mausprobleme bekommen solltet, dann müsst ihr halt mit einer Gase arbeiten, wo die Mäuse nicht durchkommen. Da finde ich zumindest für den oberen Bereich zum Abdecken ein Absperrgitter relativ simpel. Also ein Metallabsperrgitter kann die Maus nicht hochheben und sie kommt definitiv auch nicht durch. Dann kann schon mal von oben nichts durchkommen. Und im unteren Bereich könnte ihr auch irgendwie eine Platte mit einem Gitter-Einsatz vorschieben. Ansonsten habe ich natürlich hier noch meine Kisten rumfahren, die sozusagen von den Vereinigungen im Herbst dann leer geworden sind. Die Kisten werden im Lager bei mir einfach nur ausgekratzt. Und das ist nur mechanisch. Also weder irgendwelche Laugen, noch Chemie, noch Seife, noch Abflammen. Also nichts von allem wird eingesetzt. Man kann sich da nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu 100% auf den Putztrieb der Bienenvölker verlassen. Voraussetzung ist natürlich, die Kiste ist nicht irgendwie mit Faulbrut in Kontakt gekommen. Dann sieht die Sache nämlich anders aus. Wenn eure Völker gesund waren oder einfach nur Faktorenkrankheiten hatten, dann reicht es aus, die Kiste rein mechanisch im Stockmeißel von Wachsresten zu befreien, zu kratzen, ins Wabenlager stellen und fertig. Und wenn ich jetzt Bienenschwärme reinbekommen oder ich in die Ableger, also sprich Kunstschwarmbildung reingehe, dann sind die hier wahrscheinlich in 3-4 Tagen ist der ganze Haufen auf dem Acker und mit Bienen besetzt wieder. Was gibt es noch hier zu sagen? Ja, ich habe noch eine Kategorie für die leeren Kisten. Ich habe noch eine Kategorie für die Rähmchen, die ich jetzt noch bald bespannen muss. Mit den Mittelwänden. Da hinten sind meine Futterkisten und ganz da hinten noch die ganz alten Unterkisten. Laut verbesserter, also ich habe die Zeller Bauanleitung genommen und die dann selbst noch ein bisschen angepasst und optimiert. Die benutze ich nicht mehr, wer das Video sieht und Interesse hat an meinen Hochböden mit Gitter. Mit beidseitig Klappen übrigens. Der kann sich gerne melden. Ich möchte die jetzt verscherbeln in den nächsten Wochen. Die sollen einfach nur weg, weil, wie ihr hoffentlich alle wisst, ich arbeite eigentlich zu 99% schon mit meinem eigenen System der regenerativen Bienenhaltung und dafür brauche ich diese Toppa-Kisten. Da kann man jetzt auch nochmal kurz reinschauen, weil bei Toppa-Rähmchen ist eine Schiffsrumpfsleiste natürlich absolut sinnvoll. Und wie ihr hier seht, jedes Toppa-Rähmchen im unteren Brutraum ist eine Schiffsrumpfsleiste, wo die Biene ihren Naturwabenbau wunderschön bauen kann. Und wenn die jetzt flach wären, also wie die Oberseite, dann bräuchte ich wieder eine Nut und einen Leitwackstreifen, sonst laufe ich eventuell Gefahr, dass die Biene mir ihre Waben irgendwie kurzig reinbaut, möglicherweise sogar schräg. Und wie gesagt, stört die Biene nicht, aber stört mich als Imker und man möchte ja auch mit seinen Tieren gut arbeiten können. Die Futterwaben, die habe ich hier oben nicht stehen. Das ist mir ehrlich gesagt zu schwer, die hier alle hochzuschleppen. Die stehen in der anderen Räumlichkeit. Wie man Futterwaben einlagert, da mache ich euch nochmal ein ganz spezielles Video, weil bei Futterwaben muss man tatsächlich, was die Wachsmotten angeht, wesentlich mehr beachten, wie diese Leerrahmen, ausgebauten Mittelwände oder Mittelwände. Wer Fragen hat zu dem Video, gerne auch in die Kommentare schreiben. Ich versuche so gut, wie es geht zu beantworten. Also ich muss mal zum Abschluss würde ich sagen, gelernt habe ich das in der Imkerei mit Kühlhaus und alte Waben einlagern. Und wo ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich einfach in Feinheiten reingeschaut von Effizienz und vor allen Dingen vom Bienenleben und habe dann einfach mein Leben an die Biene stark angepasst. Immer mit dem Gedanken, energiesparend arbeiten zu wollen, die Biologie des Bienenvolkes entfalten zu lassen und mir möglichst viel Arbeit zu ersparen. Ich weiß, ein Berufsimker, der auf Honigerträge ausgelegt ist, der kommt nicht um ein Kühlhaus außen rum und man muss dann auch wirtschaftlich mit Altwaben imkern und dann habt ihr das Problem im Kühlhaus. Also in der Sekunde, wo der Wille des Imkers sagt, ich möchte Altwaben lagern, zum Beispiel dunkle, ausgebaute Waben, für die Honigproduktion, dann ist er in dieser Zwickmüde zu sagen, okay Mist, jetzt habe ich Waben, dunkel, die das Milieu der Wachsmotten eben geben und dann muss ich die in ein Kühlhaus bringen, wo bestenfalls bei 5 Grad läuft, weil, wie ich es ja am Anfang des Videos sagte, ab 12 bis 14 Grad springen die Eier der Wachsmotte auf und werden eben zur Larve und wenn ich jetzt hier Altwaben lagern würde, dann darf ich mich wie gesagt echt nicht wundern, dass die Wachsmotte kommt und alles wegfrisst. Wenn man jetzt die Bienenbiologie beachtet, dann muss man natürlich ganz klar sagen, Altwaben haben im Bienenvolk gar nichts verloren. Ich persönlich, ist nur mein persönliches Empfinden, ich finde es saueklig, Honig zu schleudern aus Altwaben, ich schmecke das übrigens auch, wenn ihr mir einen Honig gebt, wo aus Altwaben geschleudert ist, der hat so ein spezielles Aroma im Abgang, ich schmecke das sofort, mir schmeckt das nicht, ich finde, das ist auch wieder nur meine persönliche Meinung, ich finde ein richtig geiles Qualitätsprodukt von Honig, das kann nur aus einer frisch-gelben Wabe kommen. Und das führte ich noch zum Abschluss, selbst wenn ich Honigwaben hier einlagere, zum Beispiel diese ausgebauten Waben, also die hier war jetzt noch gar nicht in der Honigschleuderung, aber stellt euch mal vor, ich mache so die letzten Honigschleuderungen und habe dann eine ausgeschleuderte Honigwabe, die ich von den Bienen noch ausschlecken lasse, zum Einlagern. Diese Waben, auch wenn sie gelb sind, maximum zwei Jahre, dann fliegen die raus. Das heißt, ich habe wirklich eigentlich fast zu 100% nur Honig im Sortiment, wo aus gelben Waben kommt und dementsprechend auch weniger. Und ich habe das einfach ausgeglichen, indem ich einen höheren Honigpreis genommen habe. Bedeutet eigentlich, in der Wirtschaft, ich verdiene genauso viel mit weniger Honig, wie ein Berufsimker mit Altwaben auf eben mehr Honigerträge ausgerichtet. Ich denke, man kann viele Probleme lösen, einfach nur durch sich Grundkonzepte von Milieus angucken. Selbes Spiel wie mit der Varroa-Milbe. Mache ich aber in einem anderen Aufklärungsvideo nochmal zum Thema, warum die Varroa-Milbe eben kein Schädling ist. Aber wie gesagt, achtet auf euer Milieu und dann habt ihr auch die Probleme nicht von den Wachsmatten. So, ich glaube, mehr kann ich hier in dem Raum jetzt nicht mehr sagen. Ich hoffe, ich habe es auch gut erklärt. Bis zum nächsten Video. Tschüss.